Willkommen zu den heutigen Vivi-News. Ralf Reichts erscheint als Collectible auf der Vivi-App mit Airdrop und Craften. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall den nächsten Comic-Drop auf der Vivi-App an und wir schauen uns auch einen Kommentar von Daniel Kothers, dem COO von Vivi, zum Thema Vivivers an. Das war sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen, Robo, ich bin's dein Captain, dein Vivi-UG mit den wichtigsten Vivi-Us, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest und heute auf jeden Fall mit einer Menge Themen mit dabei, deswegen würde ich auch sagen, starten wir direkt rein ins Video. Und ich würde sagen rein starten tun wir an dieser Stelle auch direkt mit dem nächsten Job und zwar nämlich Ralf Reichts erscheint ihm in einer Collectible Series auf der Vivi-App und nehme ich das schon am Freitag, dem 28. Juli um 17 Uhr deutscher Zeit im Blindbox-Waitlist-Format und hier sehen wir tatsächlich sogar noch was sehr interessantes mit Airdrop und Craften. Schauen wir uns aber erst mal hier die Collectibles an. Das ganze wie gesagt Blindbox, das heißt wir haben hier pro Box einen Gempreis von 40 Gems. Wir sehen jetzt hier als allererstes Fix It Felix, das ist eine Rare Plus animiert und Sound. Dann haben wir hier unten außerdem eine Editionzahl von 2012, das ganze ist außerdem natürlich eine First Appearance. Als weiteres Collectible haben wir dann natürlich Ralf selber, das ganze wird eine Ultra Rare sein und wir werden hier auch wieder natürlich einen Essenpreis von 40 Gems haben und eine Editionzahl von 1489 Stück und natürlich auch eine First Appearance. Ansonsten haben wir als letztes noch eine Sequel-Ger, die wir sehen werden, das ganze mit einer Editionzahl von gerade mal 999 Stück und natürlich auch eine First Appearance. Und jetzt kommt auf jeden Fall der spannende Part und zwar wird man nämlich einen Airdrop bekommen, und zwar nämlich, wenn man ein Collectible hat bzw. wir können das hier unten auch auf jeden Fall noch mal nachlesen. Und zwar bekommt man jetzt nämlich hier für diesen Drop einen ganz bestimmten Stift, den sehe ich hier oben und den bekommt man sozusagen auch für jeden Kauf des Collectibles hier aus dieser Series. Das heißt, wenn ich jetzt hier im Prinzip 3 Collectibles aus der Series kaufe, bekomme ich hier 3 von diesen Stiften. So, diese muss man dann halten und über die nächsten 5 Drops wird es bzw. dann 4 Drops wird es dann noch weitere Pencils geben, die man dazu bekommt, also die Airdrop bekommt. Und damit kann man dann wiederum hier diesen Tisch craften. Ist das ganze jetzt wirklich das ganze wert? Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich. Ich bin auf jeden Fall aber trotzdem gespannt, wie das ganze aussehen wird. Für Leute, die natürlich hier allgemein Disney sammeln, ist das natürlich attraktiv, weil es mehr oder weniger ein Nebenprodukt ist, was man dann auf dem Marketplace einfach auch verkaufen kann. Schauen wir uns aber auf jeden Fall hier nochmal ganz kurz die Daten an. You will have until the 31.12.2023 muss man sozusagen alle 5 Pencils haben und gecraftet haben zu dem animierten Desk bzw. Animation Desk an dieser Stelle. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das tatsächlich hier auf jeden Fall noch mehr breit hält, als wir bis jetzt sehen und das ist auf jeden Fall deutlich mehr auch noch kommen wird mit diesem Tisch, weil ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man hier einfach nur so ein Tisch irgendwie rausbringt. Ist zwar an sich ein nettes Nebenprodukt, aber weiß ich ehrlich gesagt nicht so ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier sehen wir auf jeden Fall auch nochmal die nächsten Series, die wir sehen werden. Okay, ich habe mich hier an dieser Stelle sogar eben versprochen. Insgesamt kommen jetzt wirklich noch 5 Jobs und zwar nämlich Frozen, Lion King, Pride Rock, Peter Pan, Aladdin und dann Achso, ne doch, ne insgesamt sozusagen. Hier kommen noch jetzt 4 Jobs und dann muss man den gesamten Tisch sozusagen craften. Und dieser Stelle hier eine kleine Korrektur. Finde ich an sich mal einen interessanten Weg. Ich denke, Disney versucht hier auch vieles einfach auszutesten. Was funktioniert an Airjobs, was nicht. Da muss man auch einfach sagen, da sind wir auch einfach ganz am Anfang. Da finde ich, kann man auch Disney ein bisschen in den Spielraum lassen. Ich bin aber nichtsdestotrotz gespannt auf jeden Fall, was du davon hältst. Schreib es mir auf jeden Fall sehr gerne unten in die Kommentare. Als dieses würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall die nächsten Comic-Jobs an. Es war nämlich das Specular Spider-Man Hashtag 98 aus dem Jahre 1976. Einmal hier mit diesen Covern und ich würde sagen, das schauen wir uns auf jeden Fall direkt mal hier an. Das Ganze wird hier am Donnerstag, dem 27. Juli um 17 Uhr deutscher Zeit droppen. Ansonsten natürlich hier immer wie im Whitelist Blindbox Format. Hier auf jeden Fall natürlich auch immer mit exklusiven Rare, wie auch Ultra Covern. Mir persönlich hier auf jeden Fall gefällt die Ultra wirklich extrem, extrem gut. Schreibt immer auf jeden Fall gerne dein Favorite in die Kommentare. Ansonsten haben wir hier natürlich wie immer einen Listenpreis von 7 Gems ohne Editionzahl von gerade mal 5.000 Stück, was tatsächlich für dieses Comic recht interessant werden könnte. Das Comic selber ist auch Go Collect jetzt nicht gerade hochpreisig. Ihr seht hier eine 9.8, gerade mal 260 Dollar. Deswegen wahrscheinlich auch die niedrige Editionzahl würde es jetzt hier absolut durch die Decke gehen. Ich denke mal eher nicht. Nichtsdestotrotz hat es hier auf jeden Fall The First Appearance of the Spot, beziehungsweise Dr. Jonathan Ohn mit dabei. Ich denke aber nicht, dass das hier auf jeden Fall absolut durch die Decke gehen wird. Ansonsten auf jeden Fall die nächste Streamer-Entkündigung. Es war nämlich für heute um 19.30, deutscher Zeit, zusammen mit Chris Vivireisen und dem Viviversum auf dem Viviversum Kanal. Dort werden wir unter anderem auch nochmal über das Thema reden. Was könnte man denn eigentlich in Vivi verbessern und wo liegen potenzielle Fehler? Das werden wir uns auf jeden Fall anschauen und natürlich auch deine Fragen und auch Kommentare beantworten aus dem Stream und ich freue mich auf jeden Fall auf dich, wenn du heute Abend mit dabei bist. Ansonsten gibt es eine sehr positive Meldung von Bloomberg und zwar hat nämlich Bloomberg über Stanley Collectibles berichtet, beziehungsweise dementsprechend auch über Vivi berichtet. Denn wenn wir uns hier das Ganze mal anschauen, Cartoon Studios said its badge of more than 8000 Star-Leaded Collectibles sold out nearly instant newsly on Monday. Und ja, das waren natürlich unsere Stanley Collectibles auf Vivi. Dementsprechend auf jeden Fall sehr, sehr spannend, dass Bloomberg Business hier darüber berichtet. Wenn wir uns den gesamten Account mal anschauen, hier 9,2 Millionen Follower. Das Ganze haben hier an dieser Stelle auch bestimmt einige gesehen. Insgesamt knapp 200.000 Mal wurde das hier Leuten angezeigt. Meiner Meinung nach auf jeden Fall eine coole Aktion. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was das für Auswirkungen gehabt hat. Ob wir neue User damit dazu gewonnen haben oder nicht. Aber auf jeden Fall für Aufmerksamkeit hat das hier definitiv gesorgt, was sehr gut ist. Als nächstes habe ich da noch mal einen Kommentar eingepackt von Dan Crothers und das ist aus dem letzten Vivi Magic Video von der San Diego Comic Con. Und hier hat er auch noch mal Dan und David hier noch mal ganz kurz interviewt und wir schauen uns jetzt auf jeden Fall noch mal ganz kurz einen Kommentar von Daniel Crothers, dem CEO, an zum Thema Vivi Verse. Und ja, mir hängt es mittlerweile auch zum Hals raus. Ich kann jeden verstehen, der jetzt sagt Oh Mann und noch ein weiteres Zoom. Ich kann jeden da draußen verstehen, sage ich euch ganz ehrlich. Und mich nervt es ja auch, dass das Ganze nicht kommt. Aber ich habe das Gefühl, dass es diesmal wirklich relativ kurz davor ist. Einfach aus dem Grund, weil es das letzte Mal eigentlich nur das Problem war mit den Collectibles, dass diese nicht richtig verarbeitet wurden, beziehungsweise nicht richtig integriert werden konnten ins Vivi Verse, weil es einfach so viele sind. Das wurde dann hoffentlich behoben. Ansonsten hat das Vivi Verse an sich schon gestanden. Deswegen meine Prediction auf jeden Fall an dieser Stelle. Ich hoffe, dass ich damit richtig liege, dass wir wirklich in den kommenden Wochen die ersten Beta-Einladungen sehen werden. Zum Beispiel für Dr. Profit oder auch Vaultaholics. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob ich damit recht behalten werde oder nicht. Schreib mir auf jeden Fall sehr gerne deine Meinung zum Vivi Verse unten in die Kommentare. Aber ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch genauso frustriert sein werden wie ich. Und ansonsten war es das hier an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittagabend und bis dann, dein Captain. Ciao, ciao.